Denk dir einfach, heute Abend, wenn du auf der Couch liegst, ist es vorbei. Das ist immer für so Fahnarztbesuche und so ist das mein Geheimrezept. Ich fühl mich grad wirklich so wie vor einer schlimmen Spritze oder so beim Blutspenden. Hallihallo zur Spielezeit hier bei Furry Carpet, was wahrscheinlich leicht untertrieben ist. Ja, wir haben im Was mit Film Video im ersten diese Woche wie immer die Kinostarts der Woche besprochen und es startet ja diese Woche Jackass Forever. Wer also mehr dazu wissen möchte, schaltet gerne in unser Video zum Thema Kinostarts oder aber in unser Diskussionsvideo zum Thema, was eine schlechte Komödie ausmacht. Das hat aber nicht unbedingt mit Jackass Forever zu tun. Ja, wir haben uns überlegt, wie können wir denn Jackass Forever angemessen würdigen? Und ich hatte die furchtbar gnadenlos großartig brillante Idee, dass wir uns einer eigenen Jackass Challenge unterziehen. Also hat unser liebes Team ja für die schärfste Currywurst Berlins gesorgt. Wir haben hier, wenn nicht Deutschlands, wir wissen es nicht ganz genau. Und wir haben hier zehn verschiedene Schärfegrade stehen. Von eins angeblich nicht so scharf bis zehn tödlich. Und wir werden versuchen uns gegenseitig zu überbieten. Das hier sind die einzelnen Namen, die teilweise sehr interessante Namen haben. Ich kann mir unter Garlic Bomb ja was vorstellen und auch unter Shortly Before Death. Aber unter Carolina Reaper? Das ist schon sehr kreativ. Also ich finde es glaube ich okay für mich bei Carolina Reaper auszusteigen. Ich habe schon gesagt, mein Anspruch wäre tatsächlich, ich sag die fünf. Die fünf? Wie viel Schärfe kannst du ab? Eigentlich ist es dumm diese Voraussage jetzt zu machen. Eigentlich recht viel würde ich sagen. Aber wenn ich bei der vier schon schlapp mache, dann... Bist du sehr schmerzempfindlich? Ja, sehr. Ich hasse auch Spritzen, ich hasse auch alles, was irgendwie weh tut und... Schaut euch dazu gerne unser Video zum Thema die schmerzhaftesten Filmszenen aller Zeiten an. Ja, ich hasse es, ein bisschen hau dir vom Fingerlagel weg zu kommen. Ja, aber das müssen wir ja nicht machen. Wir müssen uns einfach vorstellen, ich habe gerade schon vorab gesagt, wir müssen uns einfach vorstellen, heute Abend, wenn wir auf der Couch liegen, ist es vorbei. Wer fängt an? Achso, genau. Wer aussteigt, haut hier drauf und dann ist das Spiel beendet. Okay, die Regeln sind klar. Ich glaube, dann fange ich einfach mal an mit der 1. Und das müsste ja eigentlich Tropical ziemlich mild sein. In der Zwischenzeit erzähle ich euch ein wenig, wie ich zu Jackass gekommen bin, würde ich sagen. Nennt ich gar nicht so richtig. Mein erster Jackass-Film war Jackass Bad Grandpa. Und vorher hatte ich echt immer Schiss, weil Jackass diese sehr eindrucksvollen Texttafeln und diese Warnungen vorab hatte. Was sagst du? Also das ist tatsächlich noch, ach, obwohl, jetzt zum Nachgeschmack. Also das wäre wahrscheinlich, was ich unter normalen Umständen als eine scharfe Soße bezeichnen würde. Jetzt schon? Das ist Nummer 1. Oh Gott. Probier es bitte und sag mal, was du denkst. Also ich glaube, das ist auch direkt ein guter Indikator, wer mehr Schärfe abkann. Kann es sein, dass deins kleiner war? Es kommt ja auf die Soße an. Ja, die Texttafeln haben ja, das ist wie wenn man ProSieben geguckt hat abends und da kam die große Sechzehn oder so und man hat mit Herzklopfen das ausgeschaltet. Aber man muss ja echt sagen, zu Recht bei Jackass, weil das sind teilweise Snuff-Filme, die man sich da anguckt. Besonders in den Kinofilmen, wo ja dann alles erlaubt war. Im MTV war es ja glaube ich noch zensiert. Ja, stimmt. Aber was man da, also ich habe in den letzten Tagen gesehen, wie ein Mann sich einen Angelhaken durch die Wange durchdrückt. Siehst du, wir müssen nur das machen. Eben, das fühlt sich jetzt sehr harmlos an im Vergleich. Also Nummer 1 fand ich echt essbar. Ja. Also ich sag dazu, das war gar nicht im Hinblick auf das heute, die Vorbereitung. Ich habe kürzlich eine halbe Packung Pringles Extreme Schorizo gegessen und muss sagen, die waren halt einfach so lecker, dass ich trotz der Extremschärfe weiter essen musste. Die Wurst ist wirklich lecker. Muss ich auch sagen. Vielleicht hilft mir die Wurst dadurch. Also ich würde sagen, wir haben Stufe 1 und ich merke, dass meine Beine echt so ein bisschen resittern, weil ich so Schiss habe. Haben wir beide geschafft. Man hat echt selten Angst im Alltag so, ne? Ich merke das gerade wieder. Aber hallo. Na gut, dann mache ich gleich mal weiter. Und ich würde übrigens auch sagen, wenn du jetzt zum Beispiel bei 7 Schluss machst, dann muss ich 7 essen, um zu gewinnen. Oder? Ne, du müsstest es mir schon überbieten, glaube ich, oder? Ja, habe ich doch gesagt. Also du müsstest die 8 dann noch essen, wenn ich bei der 7 Schluss gemacht habe. Ja, genau. Wenn du 7, ja genau. Was sagst du zu Nummer 2? Nummer 2 hat den Namen Habanero Barbecue. Wie ist das Habanero? Wir wurden ja schon aufgeklärt, dass es sich exponentiell steigert. Also erstmal gar nicht so viel und dann geht es so. Ja. Ich finde es jetzt gar nicht so viel schärfer. Wir haben hier übrigens, weil ich nicht weiß, wie man das erkennt, wir haben Milch, Wasser und ich habe sogar noch Cola da stehen, weil irgendwas muss hier helfen. Aber beim ersten Mal hatte ich jetzt gar nicht das Bedürfnis, das abzulöschen mit Milch. Ne, ich auch nicht. Oh, die Milch. Ein bisschen säuberlich ist die Milch, weil ich schon habe. Vielleicht liegt das auch nur in dem scharfen. Moment mal, das wird die eigentliche Prüfung, wer das mit welchem Glas ausdrinkt. Ne, die riecht aber gut. Okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen. Geht noch, ne? Voll. Ich habe da jetzt keinen Unterschied zu 1 gemerkt. Mir auch nicht. Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Nein, nicht die 3 vor der 2. Hast du denn bei Jackass, du kennst ja jetzt nur den Grandpa und Jackass Forever. Ich kenne noch Action Point, der geht ja so ein ganz bisschen in die Richtung. Und ich habe jetzt von den ersten Filmen immer so reingeskippt. Und auch so in einige Stunts der Serie, die man im Internet findet. Also ich bin jetzt nicht komplett ahnungslos so. Hast du einen Lieblingsstunt? Finde ich schwierig. Also ich habe auf jeden Fall einen Lieblingsstunt aus dem Neuen. Da geben sie vor, mit einem, ich weiß gar nicht mehr mit welchem Gefährt. Ich glaube mit so einem Zweirad. Geben sie vor, eine Rampe runterzuspringen. Und der eigentliche Stunt ist angeblich die Rampe. Aber in Wirklichkeit, können wir das jetzt an dieser Stelle einmal kurz einblenden. Halten sie halt einfach ne Plane vor den Fahrer, wo halt die Rampe drauf ist. Und was er macht, er fährt halt einfach gegen die Plane. Sowas finde ich halt sehr witzig. Eigentlich sind ja die meisten Jackass-Stunts doch irgendwie, ähm, okay. Auch nicht sehr viel schärfer als die zwei. Das ist wahrscheinlich alles trügerisch gerade, ja. Eigentlich sind ja die Jackass-Stunts auch so ein bisschen das, was heute YouTube Pranks so ein bisschen wären. Eigentlich hat's schon auch so von der Länge irgendwie so ne TikTok-Qualität von so ganz kurzen Snippet-Videos, die einfach abblenden, aufblenden. Da gibt's auch nicht viel Blah drumherum, sondern das geht sofort los. Ja, vor allem muss man ja sagen, es ist total faszinierend, dass es immer noch funktioniert, dass es immer noch ins Kino kommt, so. Jetzt muss ich das erste Mal aber ein bisschen ablöschen, muss ich sagen. Vielleicht ist es auch nicht schlecht, das sowieso zwischendurch zu machen, um nicht komplett zu, ähm, durchzudrehen, zu eskalieren zum Schluss. So, ein Drittel haben wir geschafft. Ja. So schlecht machen wir das gar nicht. Die Garlic Bomb. Mh, ein riesen Knoblauch-Fan. Also da könnte der Knoblauch über die Schärfeln weghelfen. Gut, dass es die letzte Folge ist, die wir heute aufnehmen. Ja, also das letzte Video von insgesamt sechs, muss man ja sagen. Wir haben uns das bis hier aufgehoben, weil wir ja nicht wussten, ob wir das überleben. Also, ja, okay, durchaus machbar. So gut. Am Ende ist das alles gar nicht so schlimm. Wir haben halt das Team hinter den Kulissen, haben die ganze Zeit schon gejammert. Wirklich, wir haben einen Tag voller Angst hinter uns und jetzt essen wir das und es geht eigentlich ganz klar. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein anderer Geschmack. Mhm. Das ist sehr süß. Aber für eine Bomb würde ich es recht zahm. Und ich finde es wenig Knoblauch nicht hoch. Ja. Ui, Moment mal. Es gibt eine Folge von Jackass. Ich glaube, das ist jetzt Jackass 1, also dem ersten Kinofilm. Ui, die ist aber okay. Ich, ich struggle schon. Ich hab noch nichts. Ich hab übrigens gar kein Problem im Zweifelsfall dir den Sieg zu überlassen. Oh, verdammt ey. Okay, die hat mich jetzt… Ich muss einmal alles durchdrinken. Also das einzige, was ich schon spüre, ist so ganz unangenehm, dass von meinem Mund-Innenraum muss ich langsam das nach außen brennen und ich wahrscheinlich so Clowns rote Lippen schon inzwischen habe. Bei mir ist das der Rachen. Oh, okay. Dann machen wir weiter. Okay. Dann mach ich mal in langsamem Tempo. Also wenn ich die fünf schlafen, hab ich ja mein Ziel erreicht, oder? Hanni… Holokia? Dolokia? Lass los! Das will nicht. Das ist ein Omen, ein schlechtes. Ich wehrte dich gegen meinen Konsum. Mhm. Ja, aber voll Herz. Da sind auch Trickster dabei. Weil meistens ist es so, dass man erstmal gar nichts spürt und dann geht es plötzlich richtig los. Ja. Aber nö. Geht klar. Echt? Ich warte nochmal kurz. Oh, warte jetzt. Aha. Ja. Okay. Scheiße. Da kommt es. Es wurde der Tipp gegeben von demjenigen, der die Currybrust geholt hat, um den Schmerz auszugleichen, sollen wir uns mit dem Hammer auf den Daumen hauen. Also wenn das jetzt wirklich nur die Hälfte von der maximalen Schärfe sein sollte, dann würde ich sagen, ich kann das packen. Was? Dann hast du aber wirklich so extrem meinen Respekt. Ja. Dann lade ich dich auf eine Currybrust an. Auf eine Currybrust an. Oh no. No. Oh Gott. 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 Das ist wiederum so eklig, dass sich alle um ihn herum übergeben. Kotze und so weiter findet im neuen Film auch statt. Das basic. Jack is basic. Okay, also jetzt tatsächlich geht's. Das stimmt. Warte. Wait for it. So, jetzt, gleich, jetzt. Das tut mir leid. Das macht fast noch mehr Spaß als das meint. Oder nicht? Also jetzt habe ich gerade nichts. Es sei denn, das ist sehr verzögert bei mir. Habt ihr das bei mir vertauscht oder so? Das finde ich jetzt nicht schlimm. Vielleicht sind wir nur hart im Nehmen. Ja, ich habe schon alles... Kreuze es mal ab. Aber hallo. Scorpion Silver Cup. Ich sage mal so, ich habe mein Mindestziel erreicht. Scorpion Silver Cup. Also ich schaffe meins auf jeden Fall auch. Was ist denn meins? Wo ist denn die 6? Die 6 ist nicht da. Ich habe keine 6. Doch da, da ist sie. Ach so. Sind denn die Jackass Typen Leute, mit denen du gerne abhängen würdest, privat? Ah, ich glaube mit Johnny Knox. Ah ja, eigentlich. Mir würde jetzt spontan keinen Grund einfallen, warum nicht. Ich hätte vielleicht nur Angst, dass sie irgendwo eine versteckte Kamera, dass sie eine Kamera irgendwo verstecken und irgendwas machen. Aber so einer wie Johnny Knoxville gilt halt wirklich als absolut, als wirklich absolut umgänglicher Typ, was man so hört mit Leuten, die den schon interviewen durften. Deshalb, also lieber mit Johnny Knoxville und seiner Gang, als mit Evil Jared zum Beispiel. Wer ist Evil Jared? Du kennst Evil Jared nicht, den Typen von der Bloodhound Gang. Ah, ja. Der 4 mit Joko und Klaas zusammen macht. Ja, stimmt. Die mit den Affenkostümen. Da dachte ich, weil nämlich ab und zu haben die Jackass Jungs auch Tierkostüme an. Diese Verbindungen zwischen den beiden sind irgendwie schon da. Sieben, also sechs, du musst mal... Sechs. Also es ist jetzt irgendwie raumgreifender. Es ist jetzt überall. Ja. Es gibt keine Lücken mehr. Okay. Aber es ist, ähm... Es ist schon erträglich, ja. Aufrägbar? Aufrägbar. Aber schon auch so... Vielleicht wurden wir auch verarscht. Das kann auch sein. Also nein, ich meine jetzt mit der Reihenfolge. Sechsmal dieselbe Currysoße. Ich meine, bis jetzt die 4 am schlimmsten. Also ja, ich muss noch warten jetzt hier, aber... Ach übrigens, irgendjemand hat beschlossen, dass wenn wir die 10 schaffen, wir noch diese Chili da essen müssen, aber das wurde ohne uns gemacht, also ohne uns beschlossen. Deshalb sage ich einfach nein. Okay. Ich schau mal, wie ich mich fühle nach der 10. Okay, also... Entweder brennt das jetzt noch nach, ansonsten... Oh, ja, du bist... Shit. Aber es ist so konstant, man kann das aushalten, ne? Ja. Ich weiß nicht, also manchmal denke ich, ich hätte gar keinen Bock mit denen abzuhängen, weil die alle so wenig Respekt voreinander und vor ihren eigenen Körpern haben, dass ich denken würde, irgendwie will ich doch nicht von hinten angepinkelt werden, überraschenderweise. Ja. Und es hat auch manchmal... Was gibt's? In welchem Film? Jackass 3D. Da ist ein Gag wirklich nur, dass man mit einer GoPro mit einem der Charaktere mitläuft und die pinkeln ihn ins Gesicht. Ja, die Ekelsachen finde ich auch unangenehmer als die Schmerzsachen. Muss ich auch sagen. Ja. Okay, 7. Apropos Schmerz. Apropos. Aber das ist sowieso jetzt im neuen Film sehr stark, dass man da das Gefühl hat, es geht doch mehr über den Zusammenhalt und weniger über den... über die Perversion hätte ich es fast genannt. Achso. Wir dürfen uns... Ich glaube, das unterschätzt man. Okay, scheiße. Bis eben hast du noch so glücklich geguckt. Ne, die Wurst ist einfach sehr zäh. Achso. Aber ich merke, mir wird richtig warm. Ich habe auch schon vor dem Video gefragt, ob ich die Currywurst in meine Kalorienzähl-App eintragen muss. Aber ich glaube einfach, die Wurst im Zweifel brennt alle Kalorien des Tages weg. auch fuck es leise. Du warst bis eben mein Fels in der Brandung. Okay. Ich meine, probier es. Ist hier so schlimm. Also, ich würde sagen, das hat jetzt so das Level, das Schärfste, was ich jemals gegessen habe. Alter, wie die schon riecht, ey. Hast du vorher mal dran gerochen? Wenn du das gemacht hättest. Es riecht, wie es schmeckt. Gut. Ja, ja, ja. Okay. Die Vorstellung davon, eine ganze Currywurst zu essen, ist auf jeden Fall... Mir steht wirklich der Schweizer auf der Stimme. Hui. War das ein Aufgebenklopfen? Nein. Aufgebenklopfen wäre da drauf. Das ist jetzt, das ist jetzt, also bis eben war Pringles Schärfe. Das hat das jetzt überstiegen. Kann ich übrigens sehr empfehlen, die Pringles Extreme Chorizo. Oh, fuck. Nicht, dass wir gesponsert werden würden. Aber wenn ihr möchtet, Pringles, dann schreibt uns an. Es gibt auch Chips frisch, Pally frisch, Stapelchips von Aldi, keine Ahnung. Ah, wir haben es geschafft. Weiß mal das? Halleluja. Okay. Ah, Moment mal. Ich würde ganz kurz so zwei Minuten Pause machen, aber ich wollte vor der Acht. Ja, jetzt tut es richtig weh auf der Zunge. Meinst du schon? Ja, es geht schon los. Was ich noch mal echt interessant fand bei Jackets war, wie das heute auch so in queeren Kreisen rezipiert wird, dass ja alles das, was sie da tun, extrem homoerotisch eigentlich auch ist. Dahingehend, dass es... Oh, das habe ich gar nicht, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass ja diese Crew sehr mannigfaltig aufgestellt ist. Also, dass es überhaupt keine Rolle spielt, wie man aussieht. Letzten Endes auch, welches Geschlecht man hat. Ich glaube kaum, dass es bislang eine Rolle spielte, dass man keine Frauen im Team dabei haben wollte, sondern halt einfach, dass ich mir vorstellen könnte, dass man für solche extreme Stanz relativ wenig Frauen findet. Wie gesagt, Körperform, Größe, Alter, Geschlecht, alles egal. Das ist eher sowas. Stimmt, also oberflächlich denkt man erstmal, sie machen sich lustig über die verschiedenen Körperformen. Es ist ja eine kleinwüchsige Person dabei, es ist eine sehr fettleibige Person dabei. Aber die stehen ja alle zu sich selber. Genau, eigentlich ist es ein sehr inklusives Moment, dass da bei Jackets passiert und... Okay, okay, Antje, ist ja gut, ist ja gut. Ich will, dass das hier aufhört. Ja, ich bin noch nicht so ganz recovered, aber... Oh Mann, das ist auch noch so dick eingerieben. Die Leute draußen hinter den Kameras machen übrigens... Also einer davon macht mit. Und er lacht sich gerade kaputt, aber er lebt noch. Das stimmt nicht optimistisch. Er sieht sehr souverän aus. Souveräner als wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber wir hatten... Ich hatte ursprünglich vorgeschlagen, dass man uns irgendwie so ekliges Zeug zu trinken gibt. Ich glaube, das ist am Ende doch auf jeden Fall besser einzuschätzen. Okay, also das ist wirklich richtig, richtig scharf. Okay, ich will davon achten. Ich spüre mein Zahnfleisch, das ich jahrelang nicht gefühlt habe um meine Zähne herum. Scheiße. Oh, und es brennt auch richtig krass auf der Lippe. Oh Mann. Es ist auf jeden Fall... Ich spüre es vor allem wirklich viel um die Lippe. Es tut extrem weh. Ich spüre es im Rachen. Es ist so schlimm. Oh. 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 Mmh. Vor allem wenn jetzt die 9 wirklich doppelt so scharf ist wie die 8. Ernst habt ihr jetzt? Wurde uns gesagt, dass es sich jetzt immer verdoppelt. Ist das so? Schulterzucken hinter der Kamera. Oh. Wollen wir dann nach Donuts essen gehen? Oh ja, das klingt wirklich gut. Vor allem das krasse bei Jackass ist, nie wird sich beschwert. Die machen das alles und... Ja! Jetzt fühle ich mich halt wie so ein Haar... Na, wir sind richtige Pussys hier. Ach. Acht, Wahnsinn. Ich bin, sag ich ganz ehrlich, ich bin kurz vorm Aufgeben. Wirklich? Ja. Ich bin noch am Überlegen. Die 9 packen wir. Ist mir gut. Du hast das so... So wie so ne... Wie so ne... Wie so ne... Live-Coach. Darüber müsste ich lachen. Es tut mir leid. Lass es in Lachdrehen. Mhm. Sei ehrlich, hab ich sehr, sehr rote Lippen gerade. Also fühlt es sich wirklich an. Okay. Du weinst ja schon. Es tut mir leid. Es tut mir leid, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen. Das ist auch die sechste Stunde für mich. Was ihr jetzt gerade nicht gesehen habt. Ich hatte einen Extremhustanfall, der aber meiner Ansicht nach nichts mit der Schafe zu tun hatte. Das wollten wir euch ja sparen, weil... Muss man ja nicht zeigen. Okay. Sollen wir uns aufmachen? Du machst dich erst mal auf. Okay, okay. Ich bin der Vortester. Dieses Glas Milch ist mein einziger Freund. Und ich, äh... Ich glaube, es ist nicht nur der Hustengewehr, der mich um einen lässt. Habt ihr uns da ein faules Ei reingelegt? Ist das möglicherweise Nummer eins? Nein? Aber ich schmeck gar keine Schärfe, gar nichts. Vielleicht ist es vorbei jetzt. Shortly before death? Von wegen. Hm. Nö. Verarscht. Kein Scheiß. Das könnte ich so gut nicht spielen. Ne, das stimmt. Aber du kriegst auf jeden Fall ganz klar als erstes diesen Haken, weil ich muss echt... Weißt du, was geil wäre? Wenn die Zahl jeweils das... Quasi die Verdopplung des Monatsgehalts wäre. Also wenn die neun schafft, kriegt neunmal ein Monatsgehalt, dann würde ich sofort... Ich finde, da wäre die zehn noch eine schöne, runde Nummer eigentlich. Und eine Null dranhängen. Ich mach's, ich bin so dumm, ey. Das mache ich nur für die Quote, Leute. Wenn ihr das Video nicht teilt, gibt's Ärger. Geht schon, oder? Davor war die jetzt auch schlimmer. Es sei denn, dass es halt sowas, was nach zwei Minuten erst brennt. Aber dann Respekt an den Kreateur, der das entdeckt hat. Nach zwei Stunden kommt die Schärfe eigentlich wirklich erst. Okay. Aber natürlich trotzdem, ne ganze Wurst da mit zu essen, wäre auch nicht möglich. Auf jeden Fall. Der Endgegner. Also was auf jeden Fall klar ist, wir sollten niemals zum Jackass-Team dazutreten. Und jetzt fängt's bei mir an zu brennen. Glaub ich auch nicht. Ich würde, bevor wir jetzt... Ach du Scheiße! Oh, fuck! 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 Bin ich innerlich schon tot? Ich spüre das nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin raus. Keine Zehn für mich, sorry. Oh! Oh! Kann ich dir was Gutes tun? Ich trinke einfach alles aus hier. Drei Klang aus Cola, Milch und Wasser. Ja, vielleicht bringt das ja was. Und ganz ehrlich, wenn du jetzt die Zehn schaffst, hast du einen Wunsch frei. Was schon ein bisschen trögerisch ist, ist, dass sie so schwarz ist von außen. Das macht mir ein bisschen Angst. Zeig das mal in die Kamera. Ich hörte auch, dass diese Currywurst hier eigentlich nur rausgegeben wird, beim Currywurstmann, wenn er dich schon richtig gut kennt und weiß, dass du es ertragen kannst. Krass. Wie kann... also... Gibt auch andere Cola Sorten, Pepsi, Afri. Nur, dass ihr Bescheid wissen. Scheiß. Was ist denn mit dir passiert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hast du deine Seele verkauft? Minus und Minus ergibt Plus. Ich spür schon nichts mehr. Ich esse es jetzt. Ich sterbe. Ich sterbe. Ah. Ah. Spurröte Dischen. Ah. Ah. Hm. Also, schmeckt da richtig eklig. Die Weine. Aber... Oh, hier brennt alles. Isst du die zweite noch? Nein. Für einen Bonus? Wieso? Für ein Fleischsternchen? Was hört überhaupt nicht auf? Ah, ja. Okay. Oh, oh mein Gott. Das ist ja... Ich weiß nicht, wie ich das würdigen soll, was du gewohnt hast. Ist es das, was ihr wollt? Ist das die Unterhaltung, die ihr wollt? Alles okay? Es ist einfach extrem... Es geht mir hier wirklich... Es geht hier in die Ohren rein. Oh Gott. Gut, dass ich aufgegeben hab. Ach. Also es hört auch nicht auf bei mir. Also ich kann die Zähne jetzt auch nicht essen. Es hört einfach nicht auf. Es wandert auch die ganze Zeit. Ich dachte, die Strategie wär gut ist, sofort zu kauen und runter zu schlucken, damit's nicht lange im Mundraum ist. Aber jetzt spür ich wirklich erst rückwirkend... Okay, ich brauch wirklich auch noch mal so eine Milch. Es tut mir leid, es tut mir echt wichtig. Es tut mir leid, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Okay, weiß keiner. Also auch super. Ihr habt richtig gut geplant. Du bist ja richtig salty an dir. Neu Currywürsten. Okay, also ganz ehrlich. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, ob der schweißt. Da kommt... Oh mein Gott. Sorry. Bringen wir mal diese Moderation zu einem seriösen Abschluss. Lass es mich einfach noch sagen. Ja. Hey, ich bin Joko Miso. Und das war der Currykiller. Ja, ich bin eigentlich gewesselt. Ich hab's nur bis zur neun geschafft. Aber ey, ich bin trotzdem eine richtig geile Sau. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche. Schön. Aaaaaaah.